Das wird, glaube ich, eh nur Steam-Freunde beitreten. Äh, Spiel beitreten? Ah, ich muss Passwort eingeben, okay. Dann verdecke ich das mal kurz. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das funktioniert. Erstmal sammle ich ein paar Vorräte so lange. Ich bin da. Passen wir überhaupt zusammen auf dieses Floß? Laut Titanic dürfte das nicht klappen. Oh, oh. Oh, da hinten kommt eine Kiste, sauber. Hä? Oh, da bist du. Hä? Du warst gerade kurz hier, aber ich seh dich nicht. Wo bist du hin? Ich bin hier. Du bist bei mir, äh, achso, nee, du bist eine Frau. Okay. Wie macht man das nochmal? Achso, genau. Du musst das so genau an den Rand ziehen, wenn du linksklick gedrückt hältst. Ich hol das Fass, du kannst was anderes holen. Was hab ich jetzt? Ich hol Holz. Und dann müssen wir irgendwas cooles gleich bauen. Mit Tab kommt so ein Baumenü. Ja. Boah, wir brauchen bestimmt auch Plastik, ne? Wir brauchen bestimmt auch Plastik. Guck mal, wie verschmutzt dieses Meer ist, meine Güte. Boah, ich mach mal die Musik aus, ey. Ja, ne, die ist immer ein bisschen doof. Wenn du Rechtsklick machst, kannst du, glaub ich, äh, das Netz direkt einholen. Also, wenn du nichts hast und du machst dann Rechtsklick im Meer, dann musst du das nicht erst wieder so langsam ranziehen. Okay. Hast du die Musik ganz ausgemacht? Ja. Wo die München, ja. Ach, hier ist so ein Hai, ne? Wir müssen aufpassen, dass er uns nicht richtig geht. Ich mach meine Musik an. Ja, und jetzt guck ich mal eben, wie man baut. Wir müssen erst mal... Oh, wir brauchen Seile für einen Bauhammer. So ein bisschen hab ich jetzt wieder angemeldet, aber es war mir zu laut. Ah, hier, Seile macht man aus. Den Blättern. Ah, genau das. Oh. No. Wie kann man das hier sortieren, so? Rechtsklick wieder machen, um das schneller ran zu kriegen, oder wie macht man noch... Ja, genau, wenn du nichts hast, kannst du einfach Rechtsklick drücken, dann hast du es direkt. Ich baue uns mal ein bisschen ein größeres, äh, Flüsschen. Wenn ich nichts habe. Ja, wenn du nichts hast, genau. So. Hier, ich hab dir Holz hingelegt, wenn du kommen möchtest. Du kannst doch auch bauen. Okay. Mach dir auf jeden Fall einen Bauhammer. Ah, genau. Ich denke mal, das brauchen wir beide. Mit den Blättern machst du dir Seile. Ach so, was voll nah dran ist, kannst du auch mit E einfach nehmen, ne? Stimmt. Ey, da hinten ist, glaube ich, ne Insel. Ja, ne Insel. Da hinten, in der Richtung. Irgendwas ist da am Horizont. Siehst du das? Vielleicht sind wir gerettet. Endlich. Was ist eigentlich die Story? War das ein Flugzeugabsturz, oder wie sind wir hier gelandet? Ähm, ich glaube, die können wir uns selber ausdenken, Story. Vielleicht ist das so, wenn man bei Fall Guys runterfällt. Vielleicht landet man dann hier. Oh, hier ist ein Hai. Oh, shit, 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 shit. Oh, warte mal, der knabbert doch auch unser Boot an, ne? Genau, genau. Ich muss ein bisschen Speere machen. Ja, schnell. Wofür mache ich denn eigentlich eine steine Angst? Hey, scheiße. Holzsperr, dafür braucht man Planken und ein Seil, aber ganz viele. Oh nein. Oh ja, ich hab... Macht ihr auf jeden Fall auch mal einen Speer, weil, falls er uns unser Floß angreift, das scheiß Ding. Scheiße, das ist so weit weg, ne? Ja. Dann haben wir nachher nichts, um uns zu verteidigen. Oh, guck mal, wir kommen immer näher an die Insel. Wir machen... Wir brauchen Anker, oder? Was ist unser Floß sonst weg? Wie macht man noch mal Seile? Mit Blättern. Du musst das in diesem Crafting-Menü machen. Äh, da, wo diese Schraube ist. Ich schätze mal, ein Paddel wäre auch ganz nice. Nachher... Wie machen wir einen Anker? Da, hier, Wurfanker. Seil brauche ich noch und Stein. Oh, wie kriegen wir denn einen Stein? Lass uns auf jeden Fall zu der Insel gehen, da gibt's bestimmt geile Ressourcen. Was passiert, wenn unser Floß Abdel einfach wegtreibt? Wo sind denn meine Blätter? Ich hab doch Blätter eingesammelt. Hm, ich find diese Option mit den Blättern nicht. Die ist bei der Schraube, da musst du ein Seil machen. Ah, da, stimmt, danke. Ah, ich hab... Nee, mir fehlen Blätter. Ich dachte, ich hab' die Glätscher eingesetzt. Oh nein, die Kari! Oh nein! Treff an, ich hab' nix! Ich auch nicht. Dann solltest du dir doch einen Holzsperr machen. Ja, aber ich hab' doch... Ich brauch' doch... Ich brauch' ne Planke. Nein! Hunde, Kind, Scheißvieh. Okay. Aber ich hab' nicht genug Planken, ich kann das nicht machen. Hier, ich geb' dir Planken, hier. Ich hab'... Ich hab' ich hab'... Ja? Ja. Aber wir brauchen auch noch einen Anker, ist das Problem. Jetzt kommen wir... Wie machen wir... Nee, warte, ich paddel. Wir paddeln uns auf die Insel zu. Ja, wie denn? Ja, am Paddel bauen. Haha. So. Hast du ein Paddel gebaut? Ja. Nein! Ha! Hilfe! Ich hab' halt keinen... Nein, ich bin nicht alleine. Irgendwie geht das nicht alleine. Wir sind... Wir sind... Wir sind nicht stark genug. Doch, du schaffst es. Okay. Oh shit, ich bin jetzt im Wasser. Du kannst einfach hinschwimmen. Okay. Sammel hier alles so ein. Ah, hier kann ich Blätter einsammeln, oder? Ja, genau. Alles Mögliche können wir einsammeln. Ich versuche mal, das Floß hier reinzufahren, damit das nicht abtreibt. Das treibt nämlich sonst immer ab. Oh scheiße, wir brauchen auch gleich was zu... Bitte bleib hier hängen, Floß. Bitte bleib hier hängen. Bleibt das hier hängen? Wir müssen halt nachher auch noch was für unsere Nahrung und so machen, ne? Hm. Wurfanker. Dafür brauche ich wieder Seile und vor allen Dingen Steine. Wir brauchen Steine, Curry. Okay, ich gehe jetzt auch von unserem Floß runter. Ja, okay. Oh nein, der Hai kommt. Hi. Hi. Hilfe! Mama! So. Okay. Wie nehmen wir jetzt hier, äh... Ach, guck mal, hier kann man auch noch andere Sachen machen. Ekel, wie nehmen wir jetzt hier die Sachen runter von diesen ganzen Dingern? Wie nehmen wir die weg? Eh, einfach drücken. Ich habe jetzt eingesammelt ein paar Sachen. Achso. Stimmt, Steine sind im Wasser voll oft, ne? Ja, genau. Am Boden von diesen Inseln. Oh, das lieb passt da voll zu. Das muss ich mir merken, nächstes Mal. Wenn wir eine Axt haben, können wir hier richtig gut Holz holen. Guck mal, wie ich mir eine Axt machen kann. Ne, ich brauche Planken und Steine. Ich sehe leider keine Steine hier unten. Hey, Dandy. Wir brauchen mehr Planken. Ja, wenn wir eine Axt machen könnten, hast du zufällig Steine für eine Axt, weil hier ist ein Baumstamm. Den Mann. Nee, aber ich kann welche Farben gehen. Ah, warte mal, hier sind Steine. Was brauche ich dafür? Naja, scheiße, man muss die Steine abkloppen mit irgendwas, ne? Mit einer Axt. Ja, mit den Dingsbums. Aua, der Hai! Was ist das, was man braucht dafür? Oh, shit, nee, der bringt mich um. Fuck, fuck me. Oh, moa. Aua, aua, aua. Ach, doch mit dem Wurfhaken? Ja, mit dem Wurfhaken, genau. Oh, scheiße, der geht ja auch kaputt mit der Zeit. Einen Stein sammeln können, kann das nicht? Ich würde jetzt verpissen. Oh nein, er kommt wieder. Mama! Ja gut, wenn er bei dir ist, kann ich wenigstens Steine sammeln. Sag mir, wenn irgendwann mal nicht bei dir ist, mehr. Oh, mein Gott, ich bin fast tot. Boah, pass auf. Ich glaube, wir müssen einfach schlafen oder so und irgendwie essen und trinken. Ach so. Okay. Wieso kämmt er uns so? Weil er eine scheiße Sau ist. Ich könnte eine Axt machen, aber ich brauche noch zwei Planken. Hast du noch zwei Planken zufällig, Ikari? Nee, ich habe, also ich habe... Oh, hier sind welche. Okay, hier waren es zum Glück welche. Kann man hier so Holz... Ah, ja. Äh, einfach nur so, Dandy. Ah, nice. Komm, das geht... Ah, ja, da kriege ich immer Planken und ein Palmblatt. Auch richtig viele Planken, geil. Also mach dir auch eine Axt. Wenn du was brauchst, so irgendwie Holz, sag Bescheid. Eine Axt. Mhm. Du musst mir gleich auf jeden Fall einen neuen Wurfhaken machen. Deine Axt. Genau. Ich brauche aber noch eine Planke und zwei Steine. Äh, die Steine musst du hier irgendwo im Meer an der... in der Nähe der Insel sammeln mit deinem Wurfhaken. Planken kann ich dir geben. Habe ich jetzt wieder genug. Planken hast du genug? Ja. Okay, nice. Gib mal. Wie droppe ich eigentlich nur so ein paar? Geht das? Äh, so. Wie viele brauchst du? Das sind Planken. Danke. Brauchst du noch mehr? Ähm, ich wollte einen Speer machen. Ja, brauchst du noch mehr? Äh, ja, für einen Hammer bräuchte ich noch. Wie viele denn? Ähm, oh, ich brauche noch zwei. Nee, alles gut, danke. Reicht. Jetzt habe ich erstmal einen Holzspeer gemacht. Nice. Ich habe leider nicht genug für einen Holzspeer. Genau, ich habe jetzt einen Holzspeer und du hast den Hammer. Reicht ja erstmal. Ich habe eine schwarze Blume. Kannst du Farbe verarbeitet werden? Schwarze Farbe, Ikarii. Nice. Oh mein Gott. Ich hole mir jetzt auch Metall hier. Schatz, die Farbe mögen wir doch. Schrott sammeln ich. Wollen wir weiter? Ja. Können wir gleich machen. Wir können, aber nimm doch die Steine mit, oder? Wenn wir schon mal so eine Insel haben. Steine? Ja, aber hier ist die ganze Zeit der Hai. Ey, Laleda, moin. Oder? Okay, mein Leben hat sich wieder gefüllt. Ja, ja, kann sein, dass hier der Hai ist. Aber ich sammle jetzt erstmal trotzdem Steine. Wir dürfen uns von einem Hai nicht so fertig machen lassen, weißt du? Sehen gerade nicht. Ey, Chat, soll ich die Musik mal ausmachen? Wollen wir das lieber ohne Musik genießen? Oh, hier ist der Hai. Hier, Ikarii. Der Hai steckt fest. Komm mit deinem Speer. Ja, wohin? Oh mein Gott. Oh ja. Hier. Nein, der steckt doch nicht fest. Fuck, Mann. Ach, hier ist er. Ah, der steckt, glaube ich, ganz kurz hier fest. Ey, warte mal. Jagt der mich, wenn ich hier reingehe? Komm, guck mal, ob der dann hier wieder in diese Kuhle geht. Ja, geh mal rein. Geh mal rein. Dann könntest du den einfach mit dem Speer da so töten. Oh, es wird so dunkel. Jo, ich brauche wieder einen Wurfhaken. Kunststoff. Scheiße, ich brauche Kunststoff für den Haken. Ich habe jetzt hier Kunststoff. Aua. Aua, aua, aua. Shit. Aua. Weg. Ich brauche noch einmal Kunststoff für diesen scheiß Haken. Guck mal gleich, ob du zudem nicht so eine Plastikpule hier lang, äh, schiffen sie es. Kunststoff, ähm, habe ich. Kunststoff kann ich hier geben. Ah ja, nice. Okay. Hier droppe ich. Zweimal. Wo ist das? Hier, hier. Ich sehe das gar nicht, lol. Ikarii, du musst mich jetzt mit deinem Speer beschützen. Du bist ja jetzt der Krieger von uns. Ja, okay. Okay. Wo gehst du hin? Äh, ich mache mir jetzt erstmal noch nie weg, so. Okay, wir müssen uns immer noch um Essen und Trinken kümmern, ne? Ja, ich habe nur Wassermelone. Wie machen wir eigentlich den Scheiß? Müssen wir doch irgendwas für bauen? Forschungsbuch. Wir brauchen unbedingt Planken. Oh, ich habe langsam so viel Hunger. Einfacher Reiniger, um Salzwasser zu Süßwasser. Hier, Planke, Palmblatt, Kunststoff. Wie viel Kunststoff hast du? Ich habe dir alles gegeben. Alles? Mhm. Scheiße, wir brauchen Kunststoff für so ein Ding. Ich bin gleich tot. Du bist gleich tot? Ja, ich verdurste. Ja, hier. Dann nimm die Wassermelone. Hier, nimm sie. Hier. Dann müssen wir uns dann Wasserreiniger machen oder so einen Scheiß. Ja, stimmt. Wo ist denn die? Wie esse ich das? Wie esse ich das? Äh, Linksklick, glaube ich. Nee, dann nehme ich das nur. Der macht unser Floß kaputt. Feiße. Ach so. Oh, ja, nice. Komm, lass uns weiter treiben mit dem Versuch, oder? So ein Hund. Ja, komm. Und die Sachen einsammeln, damit wir irgendwie was bauen können. Ich habe den Speer. Ich werde ihn dann angreifen. Ja, nice. Okay, einfach wieder aus dem Meer und dann gucken wir mal. Ich sammle aber nochmal hier Kunststoff ein. Ja, sammle hier alles ein, was du kriegst. Ich hatte Kokosnuss. Kokosnuss, ja, das ging auch. Ich fühl... Warte mal, da vorne ist noch ein schönes Fass. Nein, wieso wirft ihr das nicht mehr? Hä? Kaputt? Ja. What the hell? Oh, sauber, Alter. Diese Fässer sind so geil. Ist richtig viel drin. Yes. Okay. Alles einmal. Ah, scheiße. Wenn wir unser Fluss erweitern, kostet das halt auch Kunststoff. Okay, wir müssen uns mal irgendwas bauen hier gleich, damit wir wenigstens überleben. So. Du hast ja einen Bauhammer, ne? Jo. Dann gebe ich die hier, dann baue du die Sachen hier. Ich habe dir das rausgegeben. Aber das ist jetzt dann nur für das Fluss, ne? Genau. Okay, hast du... Wie wäre es, wenn wir uns einen Reiniger auch holen? Oh, dafür brauche ich Blätter. Ja. Blätter habe ich nicht. Ich brauche nur noch sechs Blätter, dann können wir uns einen Wasserreiniger holen. Okay. Ja, warte mal, ich paddel mal irgendwo hin. Du hast keinen Paddel, ne? Nee. Oh, der Paddel geht auch kaputt mit Benutzung. Oh. Langsam brauchen wir auch was zum snacken. Wir müssen uns so einen Fisch... Wir müssen uns einen Angel machen. Jo. Wir müssen noch mehr. Oh, nein. Scheiße, wir brauchen gleich auch irgendwann mal wieder ein größeres Fluss. Das fuckt mich voll ab, dass das... Dahin ist richtig viel Stuff, wir müssen dahin. Das Fluss ist wie bei Fall Guys. Ja, ist halt so. Bisschen zum Arsch. Bisschen zum Arsch. Wie viel Essen und Trinken hast du denn eigentlich noch, die Curry? Ich habe nichts mehr. Ananas-Samen hätte ich. Ich habe eine Ananas. Nein, ich meine, dass du mich verhungert hast. Ich habe noch die Hälfte von der Melone. Ich habe noch eine Ananas. Die könnte ich gleich snacken. Ich habe jetzt auch vor allen Dingen so scheiß Blätter. Scheiße, das ist so weit weg, oder? Yes! Pro Aiming. Okay, vier Palmblätter brauche ich noch. Dann kann ich uns schon mal einen Wasserreiniger holen. Ich hoffe, der entsalzt auch, der Reiniger. Hier, ich kann dir schon mal drei geben. Nice. Habe ich. Okay, ich paddel uns mal ein bisschen hin. Vielleicht machen wir uns auch ein Segel. Jo. Erstmal müssen wir uns alles besorgen, dass wir nicht verhungern. Warte mal, wie viel... Was ist denn eigentlich... Was kostet denn eigentlich eine Angelseile? Oh, dann brauchen wir ganz viele Blätter. Für die Angel und für den anderen Stuff. Ich glaube, ich mache mal zuerst eine Angel, damit wir nicht verhungern, oder? Ja, das wäre gut. Ein Seilboy noch. Oder halt zwei Blätter. Oh, da ist noch ein... Da hinten ist so ein Dings. Da sind doch, glaube ich... Da ist doch immer so ein kleiner Schatz drauf, oder nicht? Bei dem Gerüst da hinten. Siehst du das? Ja. Sollen wir da hin? Ja. Ey, ich habe eine Antenne. Ja, wir haben eine Antenne. Du kannst jetzt erforschen, Antenne. Warum können wir das jetzt auf einmal erforschen? Was haben wir gemacht? Oh, oh. Oh shit, ich muss was essen. Okay, ich habe jetzt eine Angel. Hoffentlich kann ich was Cooles angeln. Brauchen wir auch einen Köder? Ja, ne? Oh ja, wir brauchen auch einen Köder. Haiköder beschäftigt den Hai. Ne, ich möchte nicht den Hai beschäftigen. Ne, da ist ein Blinker dran. Müsse ich auch so machen können. Der Hai kommt, aber ich habe... Sperr. Nice. Ist er tot? Nein. Ne. Okay. Ich gucke mal, ob ich was angeln kann. Woran merke ich denn, dass da was dran ist? Oh, das weiß ich. Ich glaube, da blinkt es dann, oder irgendwie so. Boah, da ist so ein... Da ist so ein Floß, die Cari. Ja, genau, das meine ich. Das meine ich. Das ist OP. Und da ist auch noch mal eine Insel. Sieht fast aus wie die eine, an der wir schon mal waren. Oh mein Gott, wir sind so in den Kreis geschwommen. Nein. Wir sind ja eigentlich... Wir haben uns einfach nur treiben lassen. Oh scheiße, gleich brauche ich auch wieder Essen. Oh mein Gott, scheiße. Ich auch. Ich bin auch gleich dead, ne? Okay, warte. Komm, wir gucken mal. Da ist bestimmt was Geiles dran. Können wir das Floß auch einfach übernehmen? Was ich jetzt eigentlich nicht sterbe? Sollen wir einfach da drauf... Ich weiß das auch nicht. Ich glaube nicht, dass man das einfach übernehmen kann, oder? Nee, können wir da nicht einfach drauf gehen und daran weiter abbauen? Oder? Das ist ein bisschen besser als unseres. Doch, doch. Ich glaube, das müsste gehen. Okay, mein Ding ist kaputt. Wir müssen schwimmen. Der Ruder. Ja, das ist viel besser. Hier ist sogar eine Feuerstelle schon. Nice. Oh shit. Nee, das sinkt ja. Oh ja, das sinkt. Scheiße. Und unser Floß ist irgendwo da hinten. Oh nein. Warum sinkt das Scheiß? Das Scheiß. Das ist doch kacke. Aua. Oh oh. Oh no. Boah, was ist das denn für ein Betrayal? Okay, komm. Oh no. Wir brauchen ein bisschen ein größeres Floß. Ja, bitte. Das fuckt ab hier. Wenn du irgendwas brauchst, ich hab noch ein bisschen Planken gesammelt und so. Ich brauch Palmblätter für den Reiniger. Dann können wir Salzwasser zu Süßwasser machen. Und hier. Hä? Ups. Ja, nee, ich brauch immer noch drei. Drei brauch ich noch. Nein, scheiße. Ich versuch mal zu angeln jetzt. Ich weiß nicht, wie das geht. Bitte. Aber wir können den Fisch ja eh nicht roh essen. Doch. Du bist doch immer Sushi. Ja, aber ich glaub, das geht nicht. Ja, wir nehmen den ein bisschen aus und dann beißen wir rein. Das ist gar nicht. Wir sind am Arsch. Ich sterbe gleich. Wir müssen was. Oh, du hast einen. Ich hab einen Fisch. Wie viel Hunger hast du? Bist du schon am Sterben so? Nee, gleich. Okay, ich leider schon. Deswegen, ich ess den jetzt einfach mal. Ja, das geht. Ja, okay. Okay, ich angle jetzt einfach erstmal ein bisschen weiter. Komm, da vorne ist wieder eine Insel. Ja, gib mir mal das Floß. Dann kann ich uns ein bisschen... Das Floß? Ähm, ich meine die Paddel. Da hab ich nicht mehr. Ist kaputt gegangen. Scheiße. Müssen wir neu craften. Kannst du nicht? Ich hab keine Planken, gar nichts. Ich sammle jetzt einen. Oh, da sind das... Hier sind überall Planken auf jeden Fall. Sammle die alle einen mit. Eh, kannst du Sachen einfach so einsammeln, die in der Nähe sind, ne? Ja. Nice. Kannst du jetzt Dings machen, das Wasser-Dingsbums? Ich brauch einen Fisch gleich, ne? Warte hier, ich dropp dir. Hier in den Hering. Verzehr ihn einfach. Ja, ich kann den Reiniger bauen. Ich brauch was zum Trinken. Ja, warte. Hier. So, jetzt musst du in eine Tasse. Hast du eine Tasse? Sonst mach ich eben eine. Nein, ich hab keine. Ich sterbe gleich. Okay, nein, warte, warte, warte. Mit Salzwasser füllen. Wir müssen jetzt nur warten, bis das fertig ist. Aber warte, müssen wir dafür ein Feuer machen hier? Ja. Scheiße, wie machen wir das? Wie machen wir das an? Weiß es nicht. Ne, geht automatisch. Okay, du musst warten, bis das jetzt fertig ist. Okay. Dann kannst du das trinken. Kann ich nochmal ein Paddel machen? Boah, zum Glück haben wir irgendwie ein Feuer. Ich weiß nicht wie, aber zum Glück haben wir das. Zum Feuermachen hier. Paddel, dafür brauch ich Kunststoff. Okay, ich muss gleich auf jeden Fall auch trinken. Kann ich das jetzt entfernen? Wenn das fertig ist? Ja, und dann kannst du das trinken. Wie denn? Wie denn? Wie denn? Äh, hier links ist doch dieses... Ja, entfernen... Ne, was? Ist das... Ne. Nein! Jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Oh ja, ich bin dead. RIP. Warte. Aber da müssen Planken drauf. Deswegen, davon geht das Feuer. Oh mein Gott, du brauchst... Ja, ich wollte die Tasse nehmen. Ich kann die Tasse nicht wegnehmen. Ich kann die Tasse nicht wegnehmen. Ach, du brauchst dafür auch einen Becher. Oh, kannst du dir den Becher noch craften? Sonst gebe ich dir gleich meinen. Nein. Ja, gib mir mal bitte deinen. Hier. Du hast noch hier einen Fass bei dir dran. An deiner... Äh... An deiner Schnur. Ja. Du musst mit der Axt... Äh, mit dem Ding da gleich dran. Und dann... Nein! Mein Wasser ist weg von dem Fisch! Oh, oh. Oh, jetzt will ich leben. Ja, trink schnell, trink schnell. Und dann drop. Ich muss mir noch mal schnell Wasser auffüllen. Ich wollte hier die ganze Zeit leben jetzt. Hier, hier, hier. Der Fisch war so fucking salzig. Lass uns doch... Wir müssen zur Insel, oder? Wir haben aber jetzt gerade kein Paddel. Der Fisch... Nein, nein, nein! Scheiße! An deiner Axt! Sehr gut. Wir haben hier fehlen zwei Kunststoff für die, äh... Für den Paddel. Zwei Kunststoff kann ich dir geben. Okay, ich hoffe jetzt, ich kann gegen die Strömungen arbeiten hier. Sag mir mal, wenn das Wasser fertig ist. Wasser ist fertig. Oh, der Stress ist echt so. Wasser ist fertig. Okay, paddel du weiter. Hier. Wie komme ich denn da hin? Oh, ist das schön. Einfach gedrückt halten. Dahin gucken und gedrückt halten. Kann sein, dass das ein bisschen dauert, weil... Aber ich hab Hunger. Ja, ich angel nochmal. Ich angel nochmal. Okay. Voll der Überlebenshorror. Man muss richtig viel essen und trinken. Das ist wie bei Daisy. Alter. Kann ich mal mit dem Chat wirklich reden? Nee, ich kann gar nicht auf den Chat achten. Aber das war das letzte Mal, als ich da mit Quantum gezockt hab, auch. Ich konnte... Es ist so schwer, auf den Chat zu achten. Ey. Weil die ganze Zeit... Du musst die ganze Zeit was machen, sonst stirbst du. Ja, ja. Du bist echt die ganze Zeit dabei. Oh, ich hab schon mal zwei Fische. Wir werden erst mal wieder überleben. Kannst du mal ein bisschen stärker paddeln hier, du Schwächling? Ja, ich geb schon mir Mühe. Ja, wir brauchen Grill für die Fische auf jeden Fall. Müssen wir gleich noch machen. Aber Wasser war ja erst mal wichtiger. Ich hab ne Kartoffel. Geil. Oh. Oh, jetzt brauch ich langsam was zum snacken. Ich esse einfach gleich die rohe Kartoffel. Mach einfach, sonst gäbe ich dir ja einen Fisch. Trinken haben wir ja jetzt. Du verlierst dabei halt auch immer trinken, aber... Das ist ja nicht so schlimm. Alter, wo ist denn der Scheiß? Grill. Ich brauch drei Seile, dann kann ich uns einen Grill machen. Dann können wir den Fisch... Wir brauchen aber auch einen Anker, sonst können wir hier nicht landen. Warte mal. Anker, 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 Anker. Wo war der Scheiß? Da, Wurfanker. Scheiße, ich brauch Seile. Viel. Vier Stück. Okay, ich kann ja nicht weiter. Nein, nicht aufhören! Okay, ist egal. Ich kann halt nicht weiter paddeln. Ja, vielleicht müssen wir die Insel einfach erst mal lassen. Ja, scheiße. Das Paddeln geht halt auch kaputt mit der Zeit. Das ist dann halt so das Problem. Hier, falls du das noch brauchst. Und hier ist noch das Paddeln zurück. Ja, hättest du auch paddeln können. Das ist ja eigentlich egal. Warte, ich füll noch einmal Wasser auf. brauchst du bestimmt irgendwann gleich auch wieder, ne? Ja. Boah, wie viele Palmblätter wir brauchen. Ja gut, dann brauch ich jetzt wenigstens erst mal den Anker nicht mehr, wenn wir jetzt weiter gehen. Für den Grill brauch ich zwei Seile. Dann könnten wir auch Fische grillen. Grill? Hast du Schrott? Ja, es gibt auch so Netze und so. Ja, das kommt später. Ich hab alles. Ja, ich brauch nur für den Grill nur die Seile. Nur zwei Seile noch. Pass auf, der heißt hier. Ich würde mir auch voll gerne einen Speer machen, ehrlich gesagt. Aber es kostet halt auch Seile. Alles kostet Seile, verdammt. Oh mein Gott, ich hab... Okay, wir müssen... Oh shit. Kannst du... Ich kann dir noch einen Fisch droppen? Ja. Dann musst du gleich halt nur wieder trinken. Ah nee, dann... Okay, doch. Nimm den, nimm den hinter dir. Ist ja schon drin, Süßwasser. Kannst du eigentlich... Ah nee, warte mal. Ich hab keine... Äh... So, hier, warte, ich dropp dir nochmal die Tasse. Fuck ey, wir brauchen diese ganzen Schönen Blätter. Gib mir die Blätter! Ich schwimm da jetzt einfach gleich hin. Ich dropp dir die Tasse wieder, bitteschön. Ja. Ich sammle jetzt erstmal die Blätter ein hier. Nice. Das kostet auch immer Planken hier. Wir müssen nämlich nachher wieder ein Feuer... Damit das Feuer geht, müssen wir da immer Planken reintun, weißt du? Ja. Ja. Ich sammle alles ein. Vor allen Dingen... Da, da! So, wir machen jetzt als erstes den... Ich würd sagen Grill, ne? Ja, bitte. Den Grill. Ich muss was essen. Erstens und trinken erstmal. Beste. Okay, ich glaub, ich kann jetzt einen machen. Ja. Okay, nice, ey. Wo wolltest du den Grill haben, Ikari? Mir ist... Wo sieht's schön aus? Ähm... Erstmal egal. Hier in die Ecke. Obwohl, warte, die Ecken sind eigentlich scheiße, weil dann kann der Hai die kaputt machen, ne? Genau. Na gut, wir haben jetzt im Moment ja eh nur... Ei! Hi! Hi! Wir haben ja leider im Moment eh nur Ecken, ist ja das Problem. Wir haben ja gar nichts anderes gerade als Ränder. Oh, geil, zwei Sachen. Okay, ich tu da jetzt gleich mal einen Fisch drauf, wenn ich den angele. Nice. Wilson! Ja, wir können hinterher abbauen. Im Moment bringt das ja eh nix. Unser Fluss ist ja eh so klein. Voll das Stressspiel. Wieso? Ich hab meinen Fisch mal... Ah, geil. Guck mal, wie man den hält. Siehst du den, wie ich den halte? Ich sterbe langsam. Ja, wir sind so. Ja, ne? Voll der süße Fisch. Du musst was erst nicht sterben gleich. Ja, dann... Boah, ich mach jetzt auch mal die Musik aus. Gönn dir auf jeden Fall gleich, äh... den gegrillten Fisch und dann sag mal, was das bringt. Ob das dann auch weniger Wasser abzieht und so. Mal komm, ey. Okay. 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 Geht drauf. Jetzt ist es bei mir schon grau. Ja, bei dir ist es jetzt auch auf diesem letzten Bereich. Mann, wie lange das dauert? Man, ich sterbe gleich. Drei, zwei, eins. Schaffst du noch? Und es ist ein Blatt. Ist eben ein Palmblatt. Ich bin nur bewegungsunfähig. Oh nein, was mach ich jetzt? Warten auf Rettung. Ich kann dich tragen, ja. Ich geb dir gleich, äh, wenn das fertig ist, den Fisch. Ja, der Fisch ist fertig. Okay. Okay, aber ich guck mal, ob ich dir das irgendwie geben kann. Ich glaube, ich muss dich in ein Bett packen, Hikari. Oh no. Aufgeben und wiederbeleben? Warte mal, ich guck mal, ob ich ein Bett machen kann. Palmblatt, Kunststoff, Nägel. Dafür brauch ich auch Nägel. Wie mach ich denn Nägel? Ah, okay, Nägel hab ich. Kein Problem. Äh, ich muss nur noch einmal Kunststoff und drei Blätter finden. Also jetzt nur noch drei Blätter, Hikari. Warte einfach, ich mach dir gleich ein Bett. Oh, da vorne ist wieder eine Insel und wir können da bestimmt wieder nicht hin. Aber du hast den Speer nicht und der Fisch. Oh, stimmt. Und dann macht er unseren Grill auch kaputt gleich. Oh nein. Speer. Das kostet Seile, Seile habe ich. Alter, wenn der Hai jetzt kommt, sind wir so am Arsch, ne? Oh nein. Kann ihr mal mit einem Palmblatt kommen? Hai ist hier. Hikari, steh bitte auf. Werd bitte mal wach einfach, ey. Stell dich nicht so an, ist nur ein bisschen Hunger. Bitte lass hier was drin sein, was ich brauche. Ja, ein Palmblatt ist hier drin. Ich brauche noch ein Palmblatt. Da ist eins. Ja. Hikari, ich kann dir ein Bett machen. So. Ja, ich bin gerettet. Du bist gerettet. So, du liegst jetzt im Bett. Ich weiß jetzt nur nicht, was jetzt passiert als nächstes. Drücke eine beliebe Taste, um aufzuwachen. Oh, ich bin wieder da. Hallo. Ich mach dir auch nochmal einen Fisch. Wie sieht es mit deinem Hunger und Essen aus? Alles gut, alles gut. Echt? Boah, dann können wir einfach jetzt immer ohnmächtig werden und ins Bett gehen. Easy.